Aber wahrscheinlich wird die andere größer, die wir haben. Hey du Enkchen, komm wieder raus. Ja, jetzt bleiben wir mal hier und begrüßen deine neue Freundin. Das ist deine Freundin. Seit bist du hier. Vielleicht ist es eher ihre Mama. Sohn. Oh. Oh, das ist so schön. Hey. 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 Was soll das denn? Ihr sollt Freunde werden. Hey, hey, hey. Komm mal zu mir. Ist ja eine Wache, Enke. Kommt, werdet Freunde. Nee, die werden sich wieder anspringen. Vielleicht, vielleicht ja nicht. Aber sie wackelt mit dem Schwänchen. Aber sie faukt. Mhm. Das sieht nicht gut aus. Soll ich dazwischen und noch eckern? Nein. Nein. Hey. 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 Oh, du Arme. Kannst mich als andere Ente benutzen, beiß mich. Gelegen Eier oder was? Ja. Also, ich hoffe das mal. Wenn es halt ein Weibchen ist, das wissen wir ja alles noch nicht. Das wäre so schön, wenn es ein Weibchen wäre. Okay, es geht auch unser...